Dies ist das zweite einer Reihe von drei Videos, die einen Überblick über die römischen Kaiser des 1. und 2. Jahrhunderts n. Chr. geben sollen. Wir befassen uns hier mit der Flavischen Dynastie, die zwischen 69 und 96 das Reich regierte. Für die vorhergehenden jüdisch-claudischen Kaiser und die nachfolgenden Adoptivkaiser gibt es ebenfalls Videos. Die Geschichte der Flavischen Kaiser beginnt mit dem Sturz des letzten jüdisch-claudischen Kaisers, Nero, im Jahr 68 n. Chr. Dieser ließ ein Machtvakuum zurück, in das zunächst der Stadthalter von Hispania Tarakonensis, Lucius Galba, vorstieß. Seine Herrschaft war nur von kurzer Dauer, denn schon im Januar des Folgejahres 69 wurde er von seinem Vertrauten Otto gestürzt, der sich selbst zum Kaiser machte. Gegen diesen wiederum erhob sich Vitellius, der Kommandant der Rheinlegionen, und stürzte auch ihn. Vespasian, der Begründer der Flavischen Dynastie, kommandierte zu dieser Zeit als Feldherr in Judäa einen der größten Truppenverbände des Reiches. Er reagierte zunächst abwartend, ließ sich dann aber von seinen Truppen zum Kaiser ausrufen, eroberte Rom und stürzte Vitellius. So wurde er zum vierten Kaiser binnen einen Jahres. Seinen Kaisertitel hatte er auf Grundlage der Armee aufgebaut. Was ihm fehlte, war die Gunst des Volkes. Um diese zu gewinnen, baute er das größte Amphitheater der damaligen Welt und gab ihm den Namen seiner Familie. Amphitheatrum Flavium. Heute besser bekannt als das Kolosseum. Er konsolidierte das Reich politisch und finanziell und regierte zehn Jahre lang ohne größere Widerstände. In der Rückschau wird er herausragend positiv dargestellt. Titus setzte die Politik seines Vaters fort, vollendete etwa das Kolosseum. Insgesamt hatte er aber wenig Glück. Seine Regierungszeit war geprägt vom Ausbruch des Vesuvs, einer Epidemie und einem Großbrand in Rom. Nach nur zwei Jahren Regentschaft verstarb er an Fieber. Zum Nachfolger Titus wurde sein jüngerer Bruder, Domitian, der mit dem Politikstil seiner beiden Vorgänger brach. Er wurde 96 n. Chr. ermordet und die Damnatio Memoriae wurde über ihn verhängt. Mit ihm endet die Flavische Dynastie nach insgesamt 27 Jahren Regentschaft. Wenn ihr wissen wollt, wie es nach Domitians Tod weiterging, schaut euch das dritte Video der Reihe über die Adoptivkaiser an.